Du machst rechts, ich mach links. Ja. Nein, hilf mir mal, ich darf... Ja, oh, Kleiner. Oh, ich bin nochmal gestorben. Alter. I-ha. I-ha, Dislike für Sie. Oh, komm her, Kleiner. Na, komm. Nee, ich hasse mein Leben. Ich töte mich selber. Ich bin kleiner Spanier. Na, komm. Gehen wir weiter. Lass mich in Ruhe, ich will meine Punkte haben. Lass es doch. Wer? Äh, nein. Ich hab's gerade gar nicht gepeilt. Ich hab dir doch vertraut die ganze Zeit. Ich dachte nur, was machst du? Du tarierst aber komisch. Oh, das war mies. Krass. Das war richtig fies. Nein. Scheiße. Geil, ich fühl mich richtig erfrischt heute. Kannst du mich wenigstens wieder überleben. Naja. Nein, wieso hast du mich fett gemacht? Ich hab dich nicht fett gemacht. Ich wollte da ran. Du hast mich fett gemacht. Nein, hab ich nicht. Ich hab alles geklaut. Mein ganzes Besitz. Wovon sollen denn die Kinder jetzt leben? Welche Kinder? Na, die Kinder. Wollen wir den Würfel uns grabben? Na gut. Tja, ich bin rangekommen, aber irgendwie hat er nicht so richtig viel gehauen. Ne, du weißt, dass der da ist, ne? Ne. Doch. Ich hab's nicht gesehen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Mann. Hä? Wir müssen irgendwie länger hochspringen. Warte mal. Bleibst du mal? Du musst das ausbalancieren, glaube ich. Oder? Ne. Hä? Ah! Einer muss immer oben bleiben und der andere unten. Dann bleibt er immer in der Mitte. Ah, ich hab das ja schon versucht mit dem immer oben bleiben, aber ich hab's halt erst nicht hinbekommen. Das war knapp. Ja, du hast mich fast schon wieder getötet. Ich hatte schon einen Grund, dass ich mich klein gemacht hab. Äh, groß, äh, klein. Klein. Klein hab ich mich gemacht. Nein! Was war das denn jetzt? Das schmeißt einen darunter. Ne, äh, würdest du mich wieder belegen, bevor du stirbst, wenn unser Herz weg ist? Du bist doch jetzt am Leben. Ich nicht. Ich frag mich grad, was wir machen sollen. Das ist eher gesagt der Grund. Ja, da oben. Ne, da. Ah, hier. Hey! Ich bin vorgesprungen, nur. Bin nicht. Da waren Punkte! Ich muss zu dem Hebel da. Irgendwas ist doch grad umgeklappt, als du drauf standest, oder nicht? Du musst nach da unten. Okay. So. Mach mal, was macht das? Okay. Aber was macht das nach unten da? Was bringt... Oh Gott. Du musst mich halt hochkatapultieren. Auf diesen Ding hier. Genau. Bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Ja, tu ich doch. So. Bin tot. Wiederbelebung, Wiederbelebung, Wiederbelebung. Hast du es geschafft? Ich weiß nicht. Ich glaub nicht. Du musst den Hebel benutzen. Ja, aber ich glaub nicht, dass es geklappt hat. Weil sonst würden doch die Plätze da weggehen, oder? Jetzt auch. Das. Beleb mich wieder. Beleb mich wieder. Beleb mich wieder. Ja, tu ich doch. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Es ist einfach zu spät. Alles hat seinen Weg. Jetzt, 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 jetzt. Ja, sehr schön. Jetzt geh du erst mal, mach dich erst mal safe. Und dann, äh... Ja, gut. Ähm, was haben wir denn freigeschaltet? Wir müssen da hoch. Jetzt geh du erst mal hoch. Nein. Genau. Wiederbeleb mich. Wenn du oben bist, dann komm ich, weil... Das ist ein bisschen gefährlich. Okay. Dann komm ich jetzt. Oh, ist das... Das ist ein ätzendes Rätsel grad gewesen. Ja, war eigentlich ganz lustig. Ja, das war geckig, aber... Ach shit, ich bin ja fett. Ich mag... Ich mag keine Rätsel mit Schnelligkeit, muss ich gestehen, wenn Zeitdruck oder hier ist. Ah. Ich mag das nur manchmal. Nee. Hat nicht aufgepasst. Komm schon, komm schon! Das sind meine Punkte. Jetzt nicht mehr. Oh. Hey, warte mal, warte mal. Guck mal, da ist was. Komm mal her. Nein, 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 nein. Hast du gesehen? Scheiße. Nein, 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 nein. Scheiße. Ah. Was denn? Da ist doch nichts. Du wolltest mich nur töten, wenn nicht. Nein, da war was. Willst du mich verarschen, wenn nicht? Nein. Lass mich in Ruhe. Gibt's da gar nicht... Da war was. Ich find mich ganz witzig. Du hast mir all meine Punkte geklaut. Nein, nicht alle. Du hast noch welche. Arschlafen. Und somit hat wieder Shiva ein paar Punkte befliegen. Aber noch einen Punkt, dann hätten wir zwei Sternchen bekommen. Tja. Hättest du mal besser gemacht. Guck mal her. Nee. Sei nicht mad. Sei nicht mad. Nein. Komm her. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Noch mal. Nein, das mach ich nicht noch mal. Noch mal. Komm. Das nehmen wir noch mal. Nein, nein. Also so ein riesig... Also ein widerliches Gramm da ist das. Guck mal hier. So sah das aus bei Köln Silvester dieses Jahr. Weißt du so. Oh. 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 Komm her. Ich glaube, wir spielen einfach mal weiter. Oh. Okay. Reicht auch wirklich. In der Luft. Oh. Neues Bonus. Ja, die sind ja so toll mit Überschwemmungen und so. Ich weiß nicht, was das jetzt ist, aber ich will die nicht aussuchen. Wir können am Ende vielleicht noch mal kurz reinschauen, was das ist, aber... Das stimmt. Wir haben ja nicht mehr viele Level. Wir sind ja schon fast durch. Mit dem vorletzten Level. Er, sie, was? Wahrscheinlich was? Immer steht da irgendwas und dann... Das hat sich gereimt. Was? Er, sie, was? Irgendwas? Immer steht da was. War das nicht immer dasselbe Wort einfach? Er, sie... Ne, da steht was? Ja, was. Stimmt. Ah. Ey, du musst mich wiederbilden. Ja, ich versuch's doch. Ah. Bist du aggressiv? Ja. Erwuchst du gleich Tiere? Jetzt bin ich nicht mehr aggressiv. Jetzt bin ich ja zu neuem Leben erwacht. Sehr schön. Du schlägst dir den Schäden an. Also das ist nicht gerade das neue Leben für mich. Vielleicht befertigt du auch? Nein. Das merkt man. So. Und jetzt? Keine Ahnung. Tschüss. Ne, du musst das Trampolin verwenden und da ganz komisch springen. Spring du mal komisch. Oh. Wolltest du dich da draufstellen? Ja. Sieht so aus, ne? Geil gewesen. Könnte man fast meinen. Aber da ist doch auch eins. Geht das nicht mit dem so? Ah, ne. Ich hab nicht aufgepasst, wie du's gemacht hast. Scheiße. Ah, warte. Vielleicht sollte ich dich auch auffangen gleichzeitig. Ah ja. Und erst mal wiederbeleben, bevor du auf mich wartest. Das ist zu offensichtlich. Das ist zu einfach. Fang mich. Ja. Da greife ich dich. Wieso drehst du dich in dem Moment weg, wo ich komme? Oh shit. Wie? Das wollte ich nicht wissen. Alter. Also so selbstmordgefährdet. Das geht nicht. Weil ich hier gerade zusammenbreche. Zusammenbreche? Du stehst da wie so ein kleiner Gummiball. Hey. Juhu. Tschüss. Oh man. Ich hab doch einfach nur gesagt, dass ich dann... Aua, 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 aua. Oh, guck mal. Autofahren. Autofahren? Autofahren. Autofahren. Das macht Spaß. Hui. So, jetzt bin ich dran. Hey, äh, du Arsch. Jetzt erstmal bin ich dran. Nee, komm mal her. Ich hab jetzt irgendwie erwartet, du machst das genau, wenn ich da in der Mitte bin nochmal. Nein, so mies bin ich jetzt auch nicht. Hättest erwartet... Du bist aber schon fies. Ich wollte doch gar nicht. Ja, ja. Mit den einen Punkt klauen. Das warst du selber. Ja, ich hab nicht gesehen, dass da Kaktusse sind. Kaktusse. Kaktusse. Ja, ja. Kaktusen? Kaktusen, genau. Das wollte ich sagen. Kaktusen? Kaktus. Kaktusen. Jetzt wirf mich halt. Ich weiß... Ich weiß, was... Du musst dich runterstellen. Du musst dich da runterstellen. Du musst dich fett machen, ne? Ja, ja. Jetzt bin ich fett gegen den... Kaktusse... Gegen die Kaktusse gefallen. Äh. Ich frage mich gerade, wie das geht. Ja. Kann nicht so sein. Kann dich gar nicht da hinwerfen. Das ist unnormal. Du bist unnormal. Oh. Hat sie nicht getan. Hast du das überhaupt... Naja. Du musst streiten, ne? Äh, nein. Warte mal. Ich glaube, ich weiß das Rätsel. Lösung. Warte. Ja, ja. Und dann springen, ne? Mach mal weg. Spring. Mach mal. Ich hab springen gesagt. Bin ich springen? Was wirst du denn dann machen? Mach mal jetzt weg, Barriere. Ach so. Ja, natürlich. Du bist doch klug. Was? Ich hab nichts gesagt. Bin unklug oder klug? Tja. War das ein Kompliment? Tja. Dann war es keins. Okay. Oder vielleicht auch schon. Du musst dagegen springen. Ich mach mich dick. Ich muss doch jetzt hier nicht dagegen springen. Doch. Nö. Danke. Schon wieder. Sag er mal. Ich hab doch nichts gemacht. Du hast mich grad gekillt. Außer sehen, ich hab dir nichts geklaut. Das ist da denn das. Ja, okay. Boah, wir sind... Leben aber gefährlich hier. Ja, und wieso hab ich dich jetzt hochgelommen? Weil du mich töten möchtest. Aber ich kann nicht so drauf stehlen. Hier nicht. Da kannst du mich mal werfen. Nach oben. Ach so. Oder so. Oh. Hey. Du bist da. Das hat mir nicht gefallen. Ja, jetzt musst du mich auch fangen. Ja, okay, gut. Ja, ich fang dich. Ich hab dich ja wirklich gefallen. Hey, das war ein schnelles Level, ne? Oh Mann. Manchmal sind die so richtig einfach und manchmal sind die so richtig kackisch wert. Du hast die Punkte nicht bekommen, oder? Ich hab sie verloren. Und wer hat am meisten Punkte wieder? Ja, wer wohl? Der Punkteklauer Fletcher. Was? Irgendwie sehen wir aus wie kleine Kondommännchen. Du siehst aus wie ein kleines Kondommännchen. Nein. Das ist... Ich nenne dich jetzt ab sofort Billy Boy, so. Du, dich. Nein, du, dich. Nee, 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 nee. Komm mal her, Billy. Komm mal her. Ich glaub, du bist das. Das ist dein wirklicher Name. Billy. Bill. Du heißt Bill. Ich heiße auch nicht Bill. Das ist aus einem amerikanischen Namen. Ich weiß gar nicht, ob man den hier verwenden darf. Du darfst alles verwenden. Du kannst dein Kind auch Kissen nennen. Nein, darf ich nicht. Mein Kind darf ich in Deutschland Winnetou und Pumuckl nennen. Das darfst du auch. Aber ich weiß nicht. Aber amerikanischen Namen darf man hier nicht verwenden. Das glaub ich schon. Also einige, aber nicht alle. Sowas wie Joe und sowas, weil eben... Okay. Das darf man... Ich glaub, das kann man einfach nicht. Ich weiß es aber nicht direkt. Also ich dachte, dass man das machen darf, wie man will. Außer halt irgendwie jetzt Hitler oder so. Ja gut, so welche nicht. Und John Wayne geht auch nicht und sowas. Oder doch, John Wayne, glaub ich, geht hier auch. Echt? Aber einige Namen darfst du einfach nicht auf amerikanischen sowas wie keine Ahnung. Nenn mir mal einen richtig typischen Namen, den man einfach nur aussprechen kann, damit man merkt, dass es amerikanisch ist. Aber es gibt hier ja auch total viele Kevins zum Beispiel. Und das ist ja auch... Es gibt hier ja auch ganz viele Kevin. Ja, aber Kevin kann man auch hier nun mal aussprechen. Ach, du meinst jetzt nur wegen der Aussprache? Ja, aber ich weiß es eben direkt nicht. Das ist es. Oh nein, warte mal. Wir brauchen dich nicht. Wir brauchen... Wir brauchen dich nicht. Du bist ja... Du musst... Also ich muss da gegenspringen und dann musst du da oben gegenspringen als Dicker. Ja. Nein, nicht du. Nicht von da. Du musst dann hier gegenspringen, damit das ausschliegt. Ach so, ich dachte, ich muss das da oben machen. Ich mach zuerst das. Ja, 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 ja. Und jetzt das. Verstehst? Ja. Ne, nochmal. Ich spring zuerst. Ja. Perfekt. Wie jetzt würdest du mit jemandem reden, der dir nicht zuhört? Ich spring zuerst. Gell? Ich spring. Und dann... Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, du kannst du mir nicht zuhören. Ah, fuck. Was war das denn? Ich hab mich eingeklemmt mit meinem fetten Kräffer und du klaust jetzt nicht mein... Was? Der kreist irgendwie wie so der Mond gerade, weißt du. Ist ja auch meiner. Oh, guck mal mal näher. Nein. Oh, das war so witzig gewesen. Das war gar nicht witzig. Ich hätte voll die Views bekommen. Du bist witzig. Dankeschön. Nehme ich jetzt mal als Kompliment. Du musst mich nehmen in die Hand oder ich nehme das. Ich nehme das. Gib mir das. Das war nichts. Nee, das geht auch nichts. Nee, ich komme auch nicht höher. Ich weiß es. Du musst mich in der Luft nehmen und hochwerfen. Nee. Wenn wir beide hochspringen. Jetzt. Weißt du? Jetzt. Mach du mal. Okay. Ah ja. Ich fange dich. Komm mal her. Na, komm mal her. Okay, das wird, glaube ich, nichts. Ich muss von der Plattform springen. Nein, nein. Du musst hier bleiben. Ach so. Du hörst mir nicht zu. Ich habe es versucht. Voll der Vertrauenstest hier. Ich lasse mich niemals nach hinten fallen. Wenn du dahinter stehst. Auf mir. Ich weiß ja nicht, wie schwer du bist. Oh, fuck. Danke. Oder sie wirft mich einfach zurück. Wenn ich nach hinten falle, weil ich nicht überfahren werden will. Was ist überfahren? Die schmeißt du wieder auf die Autobahn. Das ist alles. Du lässt dich nach hinten fallen, damit du nicht überfahren wirst. Oh, fuck. Ja, du. Komm doch mal. What's in? Scheiße. Der ist abgesoffen. Ich drücke halt die ganze Zeit auf die Fangen-Taste. Und manchmal drücke ich dann. Das solltest du abteilen. Das kannst du nicht spammen. So jetzt. Ja, aber ich spam so. Deswegen schicke ich dich immer wieder weg. Ja, das ist ein Film, ne? Wir bräuchten tausend Stunt-Männer. Scheiße. Du greifst immer, wenn ich kurz davor bin. Was soll denn das? Du willst mich tot sehen, ne? Das ist doch einfach, wenn du zu. Das ist voll Absicht. Ja, das ist totaler... Brr. Das ist aber auch nicht schwer. Äh. Scheiße. Ja, guck. Ist auch nicht schwer. Du sagst es. Mann. Dreitausend Jahre später. Nach dem Schnitt. Ah! Du hast jetzt nicht hingeguckt. Das weiß ich ganz genau. Ach, Mann. Das wird ne eigene Folge. Ich spüre es in jedem Knochen. Weißt du, wie die heißt? Fletcher springt. Wie die heißt? Einfach nur Schiefer verkackt. Nein, nein. Fletcher springt. Das ist schön neutral. Nein, das macht aber die Leute nicht irgendwie. Das ist langweilig. Nein, das ist ja... Das weiß ja jeder, dass du nicht fangen kannst. Wir müssen einfach mal irgendeinen neuen Titel... Jetzt bist du aber auch nicht gescheit rübergesprungen. Nein, jetzt habe ich es auch verpennt. Einmal darf ich auch mal verkacken. Ja, ja. Immer bist du es. Gegensatz zu deinen Tausenden. Aber du hast das X, oder? X? Du hast schon die X-Anzeige, ne? Ja, gut. Nicht, dass das wirklich nicht funktioniert. Oh mein Gott. Das ist ein Bug in der Matrix. Und dann war da wirklich noch ein Bug. Hast du es mitbekommen? Nö. Ach so, bei mir war das nämlich so, dass ich dich dann habe fallen lassen und dann wieder gefangen habe. Obwohl ich gar nichts gemacht habe. Das haben wir auch manchmal. Ah. So. Kleiner Mann. Fahr. Du musst machen. Hä? Du musst mich ein bisschen fahren. Ich kann nicht. Nee, den Hebel verwende ein bisschen. Ja, ich kann den Hebel nicht mehr verwenden. Ach so. Der Hebel wurde bereits verwendet. Das weiß ich ja nicht. Sieht so aus, als wüsste ich alles? Ja. Oh, das ist geil. Dankeschön. Du, du, du verhältst dich zumindest so. Ähm. Hallo? Hallo. Ach so. Du kannst natürlich das Abenteuer alleine durchsparen und nach Spanien auswandern, aber... Ich mag fangen doch nicht. Komm mal her. Okay, das ist wohl sicher. Hm, seltsam. Ich hab gedacht, jetzt funktioniert irgendwas. Wirf mich. Wirf mich. Aber wohin? Darüber, auf die... auf die Plattform. Oh. Nein. Nochmal. Mach's nochmal. Spiel den Cantina-Song. Was? Spiel den Cantina-Song. Den selben Song nochmal. Okay. Du musst dich dick machen. Ah ja. Hab ich jetzt gepupst, weil ich so fett bin. Jetzt kannst du weiterfahren. Ich bräuchte. Du, 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 du. Du, du, du. Voll die Vorurteile hier. Ich bräuchte eigentlich jetzt voll die, äh, Musik von Johnny Depp, wo er mit dem Boot anfährt. Und das Boot geht dann unter. Musst du halt reinschneiden noch. Ja, genau. GEMA, hallo. Oh mein Gott. Mein erstes Anlauf. Vielleicht, vielleicht geht's ja. Wenn du es nur fünf Sekunden anspielst oder so. Ja, das geht eigentlich wirklich. Zwei oder fünf Sekunden gehen, aber danach, äh, wirst du von der GEMA auch auseinander gewusst. Ah, hat sie dich. Letztens, letztens hatte ich einen GEMA-Anspruch, äh, das Video war drei Jahre alt. Da haben sie es gemerkt. War es? Irgendwann. Ist ja komisch. Naja, das ist mein alter Adventskalender noch. Oh, ich hab gewonnen. Ein Adventskalender? Ja, ich hatte mal Adventskalender gemacht, aber. Oh, cool. Zwei. Also eigentlich einen ganzen und einmal einen halben. Einen halben. Da gehen wir die Ideen aus irgendwo. Ja, 24 ist ja auch ganz schön viel. Jetzt mach ich nur noch an den Special-Tagen, wie Nikolaus, oder so. Uuuu, ei, 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 ei. Ai, ei, 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 ich will weg. Ei, 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 ei. ai, ei, 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 ei. Tschüss. Dreihundert acht. Oh. Sind wir bei Shivers Abonant gelangt? Mhhh. Ich glaub, der war schon mehr. Ja. A bissin. wenn das hier rauskommt, hat sie hundertprozentig mehr. Also sie hatte mal so welche. Sagen wir es doch mal so. Ja, genau. Wenn wir jetzt hier, dass die Let's Play zehn Jahre alt ist und sie jetzt irgendwie, keine Ahnung, die neue Pandoria ist, dann hat sie allerdings mehr. Pups. Nein! Das war ich. Was? Du hast gar nichts gemacht. Ich hab dich verwirrt. Ja, wahrscheinlich. Wieso stinkt es hier so? Die Shiva pupst immer. Nein, das ist die Zimt. Nein, die Pup. Du bist das. Nein, ich sag immer lalalala und sie sagt immer Pups, Pups, Pups. Ja, 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 ja. Und ich sag immer nur, da ist eine Pupsspur. Okay, wir sind es beide. Wirf mich. Ich hab da was falsch verstanden. Ich konnte ja nicht sterben, wenn ich aß, das ist nämlich diese Stelle. Du musst mich wiederbeleben. Mach ich doch, aber du kommst nicht. Nein. Jetzt geht's. Nimm mich gleich mal mit. Nein! Oh fuck! Nein! 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 Und das Herz haben wir verspielt am Anfang! Wir hatten wieder ein Herz? Cool. Ja, toll. Wow, wir sind kurz vom Anfang. Wir haben einen Sprung geschafft. Wieso? Wieso hab ich dich nach... Aaaaaaah! Jesus! Selbst ich hab jetzt dran gedacht. Gott sei Dank. Weißt du das? Du darfst nur dran... Ja, was denn? Wow, wir haben fünf Meter dann. Ja. Wirf... Nein! Wirf mich richtig! Wirf mich doch richtig! Nein! Das ist so scheiße! Oh, guck mal. Oh, guck mal. Wir haben was gemacht. Oh, guck mal. Wo wir sind. Oh, ist das ne scheiß Stelle und das war am Anfang. Guck mal her. Guck mal her. Ja. Danke. Bitte. Guck mal her, bumm. Bist du frustriert? Ja, ich muss den eben rauslassen bei dir. Ah! Jetzt! Nein, ich wollte dich gleich so weiter behalten. Nein, 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 nein. Lass mal lieber. Nicht springen! Wir machen das gleich alles in Ruhe. Die Punkte sind kackegeil. Und du wirfst mich. Ich wirf dich. Okay. Hab's doch erschaffen. Scheiß auf Punkte. Echt. So. Ey, die gönnen mir. Danke. Nimm mich und wirf mich. Ich hab mich geopfert. Ja, das war voll die gute Idee. Das war so ein bisschen wie beim Basketballwerfen, weißt du? Wirfst dich mit in den Korb. Ach, vergleichst du mich mit einem Basketball? So halbwegs. Hey! Jetzt komm! Jetzt! Guck, guck, guck. Ich kenn dich jetzt schon viel besser. Du siehst gerade ein bisschen aus wie ein Basketball. Oh. Also wenn du dick bist. Basketball! Also, ne, du weißt doch. Alles verschissen. Die ersten Worte bei einem Date. Äh, ja, ne. Du siehst aus wie ein Basketball. Du siehst aus wie ein Basketball. Du siehst aus wie ein Basketball. Ich müsste immer an Friends denken. Ja? I have friends all ten seasons. Ja, die Rachel hat irgendwie Basketballkarten und will die dem, auf denen sie da steht geben. Und dann verkackt sie das. Und dann ruft sie nur noch hinterher. Basketball! Oh, ich, ich hab ehrlich gesagt nie Friends gesehen. Ich hatte ja nie welche. Ich hab, ich hab... Oh! Oh! Fishing for Compliments. Ja, ne. Ich hab, ich kanns alles auswendig irgendwie. Boah, echt? Ich hab ein bisschen zu viel geguckt, ja. Kennt man.